Welche Rolle spielten Männerfreundschaften im byzantinischen Reich und warum ist dieses immer etwas wackelige Imperium nach tausendjährigem Bestand schließlich untergegangen? Könnte man einen brauchbaren Spielfilm über den byzantinischen Alltag, sagen wir des Jahres 1000, drehen oder sollte man besser die Finger von einem solchen Projekt lassen? Und warum ist die Menschheitsgeschichte, so scheint es, eine unablässige Folge von Kriegen und grausamen Metzeleien, wie sie sich auch durch die Geschichte des byzantinischen Reichs ziehen? Und wenn das so ist, was könnte sich dagegen tun lassen? Das sind einige der Fragen, die wir in der folgenden Stunde erörtern möchten und ich freue mich, Ihnen zwei ebenso faszinierende wie sehr unterschiedliche Persönlichkeiten hier heute Abend im ORF Klangtheater vorstellen zu dürfen, die mit mir gemeinsam über diese Themen nachdenken werden. Das ist zum einen Claudia Rapp, sie ist eine der profiliertesten Byzanzforscherinnen des deutschen Sprachraums. Sie lehrt und forscht seit 2011 als Professorin am Institut für Byzantinistik und Neogrezistik der Universität Wien und sie forscht auch an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 2015 wurde sie mit dem Wittgensteinpreis ausgezeichnet, der höchsten vom Forschungsfonds FWF ausgeschriebenen wissenschaftlichen Auszeichnung, die in Österreich vergeben wird, immerhin dotiert mit 1,5 Millionen Euro. Aber das ist noch nicht alles. Seit März 2023 koordiniert sie zudem einen von fünf neuen sogenannten Exzellenzclustern, die ebenfalls vom FWF vergeben werden. Ihr Cluster wird sich mit der Thematik Euro-Asian Transformation, das kulturelle Erbe Eurasiens erforschen, beschäftigen und dafür stehen knapp 10 Millionen Euro zur Verfügung. Damit lässt sich forscherisch schon etwas anfangen. Applaus bitte für Claudia Rapp. Mein zweiter Gast, Stefan Rosowitzki, ist Drehbuchautor und Filmregisseur. Bekannt wurde er in den 1990er Jahren mit den Spielfilmen Tempo, seinem Debüt und dem sozialkritischen Heimatfilm, beziehungsweise vielleicht auch Anti-Heimatfilm, die Siebtelbauern. Es folgten die erfolgreichen Thriller Anatomie und Anatomie 2, bevor er im Jahr 2008 für seinen Film Die Fälscher mit Karl Markowitsch einen Oscar für den besten fremdsprachigen Film bekam. Zuletzt im Jahr 2021 kam sein Film Hinterland in die Kinos. Willkommen im Klangtheater, Stefan Rosowitzki. Herr Rosowitzki, lassen Sie uns mit einem kleinen Gedankenspiel beginnen. Wenn eine Filmproduktionsfirma auf Sie zukommen würde mit dem Vorschlag, Herr Rosowitzki, es gibt so wenig aufregende Kinoproduktionen über den Alltag im Byzantinischen Reich, Sandalenfilme über das antike Rom gibt es genug, auch diverse Heldeneben über die Ilias und die Odyssee. Aber über Byzant weiß man im Kino eigentlich relativ wenig. Machen Sie uns doch einen schönen Film, Herr Rosowitzki. Geld spielt keine Rolle. Wenn so jemand käme, würde Ihnen da etwas einfallen? Wie würden Sie an ein solches Projekt herangehen? Ich glaube, im Fall von Byzanz visuell, weil das ist, was mir sofort einfällt und was, glaube ich, auch die meisten mit Byzanz verbinden, nämlich byzantinische Kunst. Das kenne ich aus Ravenna oder Griechenland. Ich würde wohl am ehesten versuchen, über die Kunst, die bildende Kunst, mich dieser Kultur zu nähern. Aber ich habe mir vorhin gedacht, es ist eher andersrum, weil es eben gar keine Filme über diese Kultur gibt. Deswegen ist das auch so ein bisschen schwammig. Wir kennen aus dem Kino die Sandalenfilme und weiter geht es dann mehr oder weniger mit den Rittern. Und dazwischen ist so irgendwas wenig Bestimmbares. Und noch dazu ist natürlich Byzanz ein bisschen ab vom Schlag. Also dass jetzt Rom ist uns in jeder Beziehung, geografisch, aber auch mental näher, Heiliges Römisches Reich, Deutscher Nation, da gibt es viel mehr Kontinuitäten. Und ich muss zugeben, also auch für mich war Byzanz immer so ein bisschen schwer greifbar. Claudia Rapp, wenn ich der Rusowiczki wäre, wäre das Erste, was ich täte bei einem solchen Filmprojekt. Ich würde mich bemühen, Sie als historische Beraterin zu engagieren. Würden Sie machen den Job, oder? Sofort. Ja, fällt Ihnen oder viele Ihnen ein interessanter Stoff ein aus der 1000-jährigen Geschichte des Oströmischen Reichs? Ein Stoff, der für einen tollen Spielfilm der 2020er Jahre geeignet wäre? Ich weiß es nicht, die Eroberung Konstantinopels durch Sultan Mehmed II. und den Tod Konstantins des Elften, der bei den Kämpfen um die Stadt damals ums Leben kam. Wäre das was? Das ist eine Tragödie, damit beschäftigen wir uns Byzanzisten sehr ungern. Ungern? Ja. Hätten Sie andere Vorschläge? Was wäre denn für den Herrn Rusowiczki ein interessanter Plot? Kleiner Dorfjunge versucht sein Glück in Konstantinopel, schmeichelt sich ein beim Kaiser, bringt diesen letztendlich um. in einer Nacht- und Nebelaktion und zählst sich auf dem Kaiserthron. Und das Ganze mit Bildern aus Nordgriechenland bis hin nach Istanbul und noch ein paar Männerfreundschaften im Hintergrund. Da können Sie sich schon was machen lassen. Herr Rusowiczki, würde Sie das attrahieren? Ach, das ist immer schwierig, weil ich kriege relativ viel Stoffe und Ideen zugeschickt. Der Klassische ist, unsere Oma Ma, die hat so ein aufregendes Leben gehabt. Im Zweiten Weltkrieg, da haben wir immer gesagt, da müsste man einen Film draus machen. Und dann werden mir geschickt die Erinnerungen der Oma Ma. Und ich schaffe nicht, das dann alles zu lesen. Und da habe ich mein schlechtes Gewissen, weil sich da jemand Mühe gegeben hat. Irgendwie was jetzt ein Filmstoff ist und wo man sagt, das ist eine Geschichte, die jetzt nicht nur für sich spannend ist, sondern da kann ich auch irgendeine Essenz draus extrahieren, die jetzt einem heutigen Publikum was sagt, wo Themen aufgegriffen werden, die auch für ein heutiges Publikum interessant sind. Denn das ist ja dann eigentlich das, was ich finden muss. Aber in dem Stoff wäre ja einiges drin. Es wäre eine klassische Heldengeschichte, eine Aufstiegsgeschichte, eine Geschichte über Macht und ihren Preis. Daraus könnte man doch was machen. Ja. Claudia Rapp, das, was Sie jetzt skizziert haben, diesen Plot, ist das reine Fiktion, reine Fiction oder hat es solche Fälle tatsächlich gegeben? Man sagt ja, das Byzantinische Reich war eine der wenigen mittelalterlichen Gesellschaften, die sozial relativ natürlich nur relativ durchlässig war. Das gab es wirklich, dass mittellose junge Menschen vom Land in die große Stadt gekommen sind und es dort zu hohen und höchsten Ämtern gebracht haben. Etwas, das im europäischen Abendland undenkbar gewesen wäre. Da gab es ganz klare gesellschaftliche Hierarchien und dass ein Bauer plötzlich Fürstenberater wird undenkbar. In Byzant war sowas möglich? Es gab eine gewisse Durchlässigkeit sozialer Art. Und zwar entweder durch das Heer, Aufstieg im Rahmen des Militärwesens oder durch die Verwaltung. Dazu brauchte man einen gewissen Bildungsstand. Das heißt, das war schon mit einem gewissen Kosten verbunden, dieses Bildung sich zu erwerben. Aber die Geschichte, die ich eben skizziert habe, die gab es wirklich, wird in der deutschen Übersetzung der Quelle betitelt Vom Bauernhof auf den Kaiserthron. Es handelt sich um Kaiser Basilius I., der selber Kind von Migranten war. Mehrfach im Hintergrund standen armenische Migranten, die aus Armenien schon im 5. Jahrhundert ungefähr nach Nordgriechenland gekommen waren, erst mal endogam unter sich geblieben sind. Und er dann, so heißt die Geschichte, nur mit einem Sackerl-Bettelstock nach Konstantinopel gegangen ist, um dort sein Glück zu suchen. Und alleine durch Körperkraft, Überzeugungskraft hat er dann und Netzwerke, und zwar auch soziale Netzwerke, die mit seiner geografischen Herkunft zu tun haben, hat er sich langsam hochgearbeitet, vom Stallburschen, bis er dann ins Vertrauen gezogen wurde des Kaisers und da am Kaiserhof Zugang gefunden hat, bis es ihm dann schließlich gelungen ist, mithilfe von anderen den Kaiser im Schlaf zu töten und selber den Kaiserthron für sich zu beanspruchen. Die Quellen waschen ihn dann hinterher rein. Also das ist auch eine Frage immer wieder des Erzählens. Aus welcher Perspektive wird erzählt? Und wie werden diese Geschichten nachträglich neu verpackt, um dann die Protagonisten möglichst gut dastehen zu lassen? Und war der gute Mensch ein guter Kaiser dann wenigstens oder ist er auch durch Mord? Er hat eine der längsten Dynastien begründet, die sogenannte mazedonische Dynastie, die fast 200 Jahre geherrscht hat und die wir normalerweise mit der Blütezeit der byzantinischen Kultur, ganz besonders im 10. Jahrhundert, in Verbindung bringen. Und das ist die Zeit, die auch den Quellen am besten bekannt ist, großartige Zeremonien im Kaiserpalast, die man da nachkonstruieren kann. Da gibt es vieles, was sich auch visuell darstellen lässt. Claudia Rapp, Sie erforschen jetzt das byzantinische Reich, die byzantinische Kultur, die Gesellschaft des byzantinischen Reichs seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten. Sie waren in der halben Welt unterwegs, forscherisch auf den Spuren Byzans von Oxford, wenn ich es richtig im Kopf habe, bis Kalifornien, die renommiertesten Unis der Welt. Was würden Sie sagen, ist denn das Faszinierende und das Interessante an der Beschäftigung mit dem byzantinischen Reich und der Kultur und an diesem Reich selber? Es war, wenn ich das richtig sehe, mit 1.000 Jahren Bestand, sehr wackelig, aber doch 1.000 Jahren, das am längsten bestehende staatliche Gebilde des Mittelalters, sowas hat es nirgendwo sonst gegeben. Wie haben die Byzantiner das hingekriegt? Mit einem ganz, ganz starken politischen und kulturellen Selbstverständnis. Und das ist für mich das Faszinierende, dieses Selbstverständnis hält selbst dann, wenn die politische Realität schon gar nicht mehr stimmt. Und das, denke ich, ist für uns etwas, was uns zum Nachdenken bringen kann, wie die eigenen Identifizierungen, die Identifikationsprozesse tatsächlich eine solche Wirkmacht entfalten, dass sie erstens die Leute selbst überzeugen, aber zweitens dann auch projiziert werden können auf die Nachbarländer, die sehr, sehr lange den Anschluss nach Bützans gesucht haben, sich an Bützans kulturell orientiert haben. Das gilt ganz besonders bis 1204, dann kamen die Kreuzfahrer und haben gründlich geraubt und geplündert. Aber bis dahin war Bützans der kulturelle Bezugspunkt, zumal seit Ende des 5. Jahrhunderts dann Rom als Kaiserstadt nicht mehr existierte. Und das Selbstverständnis beruhte einerseits auf der politischen Kontinuität des Römischen Reiches. Sie haben sich immer als legitime Nachfolger der Römer verstanden und auch Romäi bezeichnet. Das Wort Bützans ist moderner Prägung. Und dann gleichzeitig die Kulturkontinuität und die sprachliche Kontinuität mit Griechenland. Also mit dem antiken Griechenland. Das heißt, man war politisch römisch, aber kulturell griechisch. Und dazu kam dann noch als drittes Element das Christentum. Und das bietet für uns als Forscherinnen dann eine interessante Mischung, wo wir sagen können, aha, so geht christliches Mittelalter auch. Vielleicht noch ein paar Sätze zur wirtschaftlichen Situation. Das Byzantinische Reich aus der Teilung des Römischen Reichs hervorgegangen war eine, korrigieren Sie mich, klassische Feudalgesellschaft, Grund und Boden. Um das ging es, wer das besaß, war reich oder konnte reich werden. Und die, die diesen Grund und Boden bewirtschaftet haben, haben ein mehr oder weniger armseliges Leben geführt. Also es war eine klassische Feudalgesellschaft mit einer starken Zentralmacht, dem Kaiser. Können Sie das noch ein bisschen skizzieren, wie diese Gesellschaft aufgebaut war? Und glaube ich, ganz wichtig war ja die Verwaltung des Byzantinischen Reichs, die sehr effizient war, im Gegensatz zu anderen Ländern, wo es das nicht so gegeben hat. Ja, das ist interessant. Also Feudal macht einerseits, ja, natürlich eine Agrargesellschaft, aber es gibt in der Aristokratie immer wieder Verschiebungen zwischen den verschiedenen Clans, den verschiedenen wichtigen Familien. Es ist nicht so, dass es da, die Kontinuitäten sind nicht stark. Je nachdem, wie der Kaiser auch den einen oder anderen Clan begünstigt beziehungsweise aus welcher eigenen Richtung der Kaiser kommt. Es gab einen sehr häufigen Wechsel in der Kaisermacht. Dynastien haben mit wenigen Ausnahmen nicht sehr lange gehalten und Kaiser blieben im Durchschnitt, ich glaube, zwölf Jahre auf dem Thron. Und viele wurden auch wirklich getötet. Fast die Hälfte sind nicht eines friedlichen Todes gestorben. Noch schlimmer wie bei den Päpsten. Könnte man sagen, ja. Und vielleicht noch zwei Sätze zur Verwaltung. Das Byzantinische Reich hatte eine, aus der antiken Tradition noch kommend, eine relativ gut funktionierende Beamtenschaft, die dieses zum Teil auch riesige Reich bis in die letzten Verästelungen hinein halbwegs gut administrativ im Griff gehabt hat. Das gab es im Frankenreich oder in, weiß ich nicht, England nicht. Ja, die Verwaltung in den früheren Jahrhunderten hat sehr gut funktioniert und war auch noch die Kontinuität mit dem Römischen Reich. Das ist richtig. In der Spätzeit wird es dann komplexer. Da werden dann auch Günstlinge hervorgehoben und so weiter. Und was uns immer wieder sehr zu schaffen macht in der Forschung, ist, dass Titel und Amt nicht in eins fallen. Das heißt, in der Forschung ist das für uns sehr, sehr schwierig zu sehen, wer welche Funktion wahrgenommen hat. Und das lässt sich nicht immer unbedingt am Titel festmachen. Also da ließen sich auch Parallelen zu anderen Monarchien finden. Zur K&K-Monarchie zum Beispiel. Zum Beispiel. Ein Regierungsrat muss nicht immer automatisch die Regierung beraten haben. Zum Beispiel, ja. Das verstehe ich schon. Aber ich würde sagen, über die Einzelheiten Ihrer Forschungsarbeiten reden wir ein bisschen später. Ich würde gerne ein bisschen biografisch werden jetzt auch mit Ihnen beiden. Claudia Rapp, wenn man in einer österreichischen Volksschulklasse oder in einer bundesdeutschen Grundschulklasse die Kinder interviewen würde, was sie später einmal beruflich machen möchten, kann ich mir schwer vorstellen, dass ein sieben- oder achtjähriges Mädchen sagt, also mein Traumberuf ist Byzantinistin und Neogrezistin. Wie war das in Ihrem Fall? Wann hat sich dieses Interesse, diese Begeisterung an der byzantinischen Kultur in Ihrem Leben herauskristallisiert? Waren da auch Zufälle eine Rolle gespielt? Was hat Sie als Teenager begeistert? Wie kam das alles? Es fängt wie viele Geschichten an mit einem guten Lehrer. Und das war in meinem Fall ein guter Lehrer in der altgriechischen Sprache, am humanistischen Gymnasium in West-Berlin damals, der auch durchaus jenseits des Curriculums uns Dinge nahegebracht hat. Und dort habe ich in dem Zusammenhang das erste Mal Byzants gehört. Auf einer Klassenfahrt nach Griechenland im Alter von 16 haben wir nicht nur die Tempel besucht des Parthenon und Kapsunion, sondern eben auch die byzantinische Ruinenstadt Mistras. Und das Kloster in der Nähe von Athen, Osius Lukas, in der Nähe von Delphi, pardon, mit seinen wunderbaren Mosaiken. Also da gab es eine gewisse Offenheit. Ursprünglich habe ich während des Studiums die sichere Option gewählt, nämlich Lehramt fürs Gymnasium. Habe dann aber das große Glück gehabt, und das waren wirklich wieder Zufälle und große Glücksfälle, auf einer Exkursion in einer Handschriftenbibliothek mitfahren zu dürfen und habe da zum ersten Mal gesehen, aha, das ganze Erbe der klassischen Antike ist nur deswegen da, weil es in mittelalterlichen Handschriften aus der byzantinischen Zeit kopiert und nochmals kopiert und überliefert wurde. Und das hat dann das Interesse geweckt, das wurde dann noch verstärkt auf einer Studienfahrt beim Anblick der Hagia Sophia. Und wenn man da einmal in dieser grandiosen Kirche gestanden hat, da gibt es kein Zurück. Aber es ist ja, ich stelle es mir so vor, ein doch unendlich schweres Studium. Es ist ein schweres Fach, das Sie auch lernen und in dem Sie forschen. Sie müssen Altgriechisch, perfekt, Fragezeichen, beherrschen. Also sprechen tue ich es nicht, aber ja. Das war keine Herausforderung oder keine Hürde für Sie. Sie haben diese Mühen gern auf sich genommen oder war es manchmal schon auch qualvoll? In der Schule war Altgriechisch für mich eine Erleichterung. Wir hatten mit Latein begonnen und mit den Lateinlehrern konnte ich nicht und umgekehrt auch nicht. Das waren aber mehr menschliche Themen. Ja, natürlich. Irgendwann schlägt das dann durch und setzt sich dann auch anderweitig um. Und das Griechisch war eine zweite Chance. Und das habe ich bis zum Abitur sehr intensiv betrieben. Und wenn man das in so jungen Jahren lernt, dann setzt sich das auch fest. Und wenn man sich mit Byzantinistik beschäftigt, beschäftigt man sich mit griechischen Texten und lateinischen Texten auch? Gelegentlich, ja. Die Gesetzestexte sind auf Latein, zumindest aus den frühen Gesetzeskodifikationen. Und vieles an der frühen Forschungsliteratur ist auf Latein als Wissenschaftssprache, also bis hin zum Anfang des 20. Jahrhunderts hin. Es ist empfohlen, dass man Latein auch beherrscht. Ansonsten öffnet sich die Byzantinistik jetzt zunehmend auch zu den Regionen, sagen wir, östlich und nördlich von Byzanz. Das heißt, weitere Quellensprachen, die wichtig sein können, sind zum Beispiel das Syrische, das Koptische, das Arabische, Armenische, Georgische oder dann Altkirchenslawisch und die weiteren Sprachen dann in Folge. Das heißt, Byzanz war natürlich das, was man vielleicht später ein Vielvölkerreich genannt hat, in dem nicht nur eine einzige Sprache gesprochen wurde. Das auch. Das auch. Griechisch war die Kultursprache, die Sprache der Literaten, aber es gab immer auch regionale Sprachen. Aber was die Quellenkunde betrifft, müssen wir häufig auch Quellen bemühen, die im byzantinischen größeren Kulturkreis erstellt wurden, die uns dann die Außensicht vermitteln auf Byzanz und Dinge erzählen. Da gehen wir wieder zur Frage, wer erzählt die Geschichten und was erfahren wir daraus. Aus deren Perspektive werden Dinge berichtet, die für die Byzantiner zum Beispiel selbstverständlich sind und die wir aus den byzantinischen Quellen selbst nicht entnehmen können. Ich verstehe. Also das Syrische und Koptische und so weiter sind Außenperspektiven auf das byzantinische Reich. Stefan Rusowitski, wir haben gehört, im Falle Claudia Raps war es ein charismatischer Altgriechischlehrer. Wer oder was hat Ihren Enthusiasmus für die Welt des Kinos erweckt? Also die wahre Geschichte jetzt, noch nicht Kino, aber Regie ist das in der Grundschule. Ich bin in Düsseldorf aufgewachsen und zur Grundschule gegangen, in die Volksschule. In dieser Grundschule war es immer so, dass die vierten Klassen eine Theateraufführung gemacht haben und das habe ich bei meinem älteren Bruder beobachtet und das war toll mit Kostümen und Proben und ich habe eigentlich mich meine ganze Schulzeit nur auf diese Theateraufführung gefreut und dann war ich endlich in der vierten Klasse und die Lehrerin kommt und sagt, ja leider dieses Jahr gibt es kein Theater. Und ich mir eben gedacht habe, warum bin ich jetzt die ganze Zeit in die Schule gegangen, wenn es nicht mal das als Belohnung gibt und was nicht sein darf, kann nicht sein. Und ich habe dann selber eine Theateraufführung organisiert. Wir haben Max und Moritz gemacht und das hat irgendwie super funktioniert und da gab es mehrere Vorführungen für Eltern und Mitschüler und daraufhin... Sie waren der Regisseur? Alles, ja. Und auch Hauptdarsteller? Sie waren auch der Strubelbettler? Nein, Max. Max und Moritz. Sie waren der Max. Ja. Und daraufhin habe ich beschlossen, also Regie, das ist eigentlich super, das möchte ich mal beruflich machen. Und das ist natürlich irgendwie eine große Gnade, wenn man mit zehn schon weiß, was man machen will und für etwas brennt. Und irgendwie zwei, drei Jahre später bin ich dann draufgekommen, eigentlich ist Film das interessantere Medium als Theater und so ist das dann losgegangen. Und Film ist das interessantere Medium, da sind Sie draufgekommen in Düsseldorf in den Nachmittagsvorstellungen, in denen Sie sich Bud Spencer und Terence Hill Filme angeschaut haben oder waren das andere Initiationen? Das habe ich jetzt ein paar Mal bei Kollegen gelesen von Peter Bogdanovic. Abwärts, ich habe dann also irgendwie so eine Art Tagebuch geschrieben, also Filme, die ich gesehen habe und dann eben auch dazu geschrieben, wer der Regisseur ist. Und dann kommt man darauf, aha, da gibt es gewisse Kontinuitäten und der eine macht mehr solche Filme und der andere macht mehr solche Filme. und halt so über diese quasi Wissenschaft, und ich habe dann so Kurzkritiken immer dazu geschrieben, über diese unter Anführungszeichen wissenschaftliche Betätigung kommt man halt dann dazu. Als Teenager, Sie haben so ein Film-Tagebuch geführt und sind ja, aber ins Kino müssen Sie ja schon gegangen sein. Ja, ja, nein, nein, nicht oft. Und wer waren in der Pubertät die überregenden Geschichten? Ich kann mich erinnern, also mit 15, 16, als man das erste Mal, ich habe Taschengeld dann ab 14 bekommen, also vorher musste ich immer mit den Eltern ins Kino gehen, das waren dann halt Walt Disney, Robin Hood und so, aber mit 15 konnte ich mein eigenes Geld investieren und das waren dann schon relativ, 70 Jahre, das waren Woody Allen Filme, Kubrick, Kubrick, das war auch, ich erinnere mich sogar an den einen oder anderen Ingmar Bergmann Film, Herbstsonate, spätes 70er Jahre und das war mein Unfix-Erlebnis im Kino, Walt Disney ist ganz nett und Bud Spencer und Terence Hill, aber dann habe ich mir gedacht, aha, das ist die wahre Wunderwelt des Kinos. Sie ziehen nicht richtig auf diese Frage. Gab es da Regisseure, Regisseure? Doch, doch, eh, also wo die Ellen auf jeden, also es gab so ein paar Regisseure, wo man gewartet hat auf den neuen Woody Allen, den neuen, Kubrick, Werner Herzog, die Kinski-Filme, das waren schon die größten Lieder. Fastbinder-Filme, Fastbinder-Filme. Hitchcock eigentlich nicht mehr, da gab es nur dieses großartige Buch, was für mich so eine Bibel war, das von François Truffaut, so ein großes Interviewbuch, wie haben sie das gemacht, Mr. Hitchcock, das war mein Ersatz für ein Filmstudium oder ein Regiestudium, aber, nein, nein, da gab es dann schon so die Regiehelden, die man so als Vorbild gehabt hat und wo man dann eben auch versucht hat, so einen Blick zu schärfen und auch irgendwie drauf zu kommen, wie die das machen. Claudia Rapp, hatten Sie als Teenager Zeit und Musse, dann und wann ins Kino zu gehen oder waren Sie ganz in Ihre Altgriechisch-Studien vertieft? Nein, Kino war schon wichtig, aber die großen amerikanischen Hollywood-Filme, ich bin, glaube ich, in E.T. gegangen und so weiter, das hat mich nicht wirklich angesprochen. Was mich damals sehr fasziniert war, ich weiß nicht, ob Sie den Film auch erinnern, war Diva. Jean-Jacques Benet. Genau, ja. Und Amadeus. Das waren Filme, die haben mich irgendwie vom Sujet her und auch visuell sehr lange begleitet. Aber ich war, ich gehe eklektisch ins Kino und nutze jetzt transatlantische Flüge, um mich da einschlägig zu informieren, habe auch ein geheimnis, Fäbel für Bollywood-Filme. Weil ich diese groß inszenierten Tanzszenen so großartig finde. Also indisches Kommerzkino. Ja, ja, ja. Durchaus, ja. Jetzt überlege ich verzweifelt, ob im Bollywood-Kino byzantinische Einflüsse man irgendwo finden kann, aber ich halte das für eine doch zu gewagt. Ich habe in der Bodleian Library in Oxford gesessen, ein gotisches Gebäude, während draußen ein Bollywood-Film gedreht wurde. Okay. Und das war wirklich ein Erlebnis einer besonderen Art, und wenn man dann diese Klänge des Orchesters hört und die Leute in ihren bunten Kostümen ihren Aufmarsch machen, sieht, zwischen den gotischen Gebäuden, da kommen die Kulturen zusammen. Stefan Rusowiczki, wir haben jetzt gehört, das Regiefach war das Erste, was Sie begeistert hat. Der Film kam erst später. Was für eine Art der Regisseur sind Sie? Jetzt weiß ich schon, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ist es für Sie eine schöne Erfahrung, am Filmset das Alpha-Männchen zu sein und möglichst alles unter Kontrolle zu haben und als einziger den Gesamtüberblick zu haben? Ist es etwas, das Sie anstrengt und manchmal vielleicht auch überfordert? Sind Sie ein netter Regisseur oder eher ein brummbäriger Kleindiktator? Wie würden Sie Ihren Regiestil beschreiben? Nett natürlich. Nett, nett. Also, ich meine, zum einen kann ich sagen, deswegen glaube ich, tue ich mir auch leichter mit dem Nett sein, dass ich es liebe, am Set zu sein, dass das echt, dass ich da jede, na, jede Sekunde ist übertrieben, aber insgesamt, das ist einfach eine großartige Sache. Man ist vollgepumpt mit Adrenalin, weil man in diesen Drehstunden, das ist nicht wiederholbar, man muss ständig das Perfekte schaffen, wenn nicht, dann kriegt man es nie wieder. Es ist ein wunderbarer Austausch mit den verschiedensten Leuten. Ich bin sehr unglücklich über diese Diskussionen, die es da jetzt gibt, wo man dann so das Gefühl hat, Setz sind ein, so ein Horrorschloss von nur Drangsalierung und Machtmissbrauch. Wir spielen auf diese Till-Schweiger-Diskussion. Sei es jetzt der Till-Schweiger. Ich meine, was stimmt, ist, dass es mit dem Arbeitsrecht nicht sehr ernst genommen wird. Das hängt ein bisschen damit zu tun, dass halt die Filmbranche bislang in Deutschland und auch Österreich nie so wirklich ernst genommen wurde. Und man hat gesagt, das sind halt ein paar Irre und was die da machen, interessiert niemand. Und wenn die Lust haben, 24 Stunden durchzuarbeiten, dann sollen sie das machen. Und vielleicht hat ein Regisseur Lust, 24 Stunden durchzuarbeiten oder ein Hauptdarsteller, der Beleuchter hat sie definitiv nicht, weil der macht das täglich. Und da sollte es mehr Schutz geben. Meine Tochter, die eine, die macht jetzt so Produktionsassistent, Aufnahme, Leitung und die war letztendlich bei einem Projekt, wo sie gebeten wurde, freiwillig zu verzichten auf eine kollektivvertraglich vorgesehene Erstattung für Arbeit an Feiertagen. Und eigentlich sollte so ein Produktionsleiter Strafe zahlen müssen und sollte so eine Produktionsfirma keine öffentlichen Gelder bekommen. Und da liegt einiges im Argen. Sonst ist es halt so, dass es fürchterlich menschelt und das Schöne an Filmarbeiten ist, dass es nie Routine gibt. Es sind immer neue, völlig andere Konstellationen, Situationen. Dem kommt man natürlich sehr schwer bei mit festen Regeln. Andererseits gewisse Regeln braucht es. Und ich glaube, da wird sich einiges ändern. Es ändert sich ja jetzt schon so ein bisschen so dieses Ideal vom genialischen Regisseur, der das halt braucht, um geniale Ideen zu haben, dass er, weiß ich nicht, seiner Hauptdarstellerin am Po greift und irgendeinen armen Beleuchter öffentlich zur Sau macht. Das war ja lange so ein, fand man ja super. Der ist schwierig und interessant. Und Zadek war angeblich so einer, der also Schauspieler halt immer zuerst zerbrochen hat und ihm halt gesagt hat, kannst du überhaupt nichts, das ist ja ganz schrecklich und nur Kraft meines Genies werde ich mich bemühen, ein bisschen was aus dir rauszuholen. Und das hat bei vielen Schauspielern funktioniert. Aber sowas, das geht heutzutage immer weniger. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so, dass sich da was ändert. Ich würde mit Ihnen beiden gern über das Spannungsfeld zwischen Inspiration und Transpiration sprechen. Sie sind beide in natürlich sehr unterschiedlichen Feldern zu Gange. Trotzdem gibt es vielleicht gewisse Gemeinsamkeiten in Ihren Berufsbildern. Claudia Rapp, welche Rolle spielt, wenn Sie ein Forschungsprojekt haben? Vielleicht reden wir auch über ein ganz konkretes. Wenn Sie ein Forschungsprojekt haben, welche Bedeutung hat da gute Planung? Welche Bedeutung hat Budgetdisziplin? Sie haben also so klassische Sekundärtugenden? Und welche Rolle spielt in Ihrem wissenschaftlichen Fach so etwas wie, großes Wort, Inspiration? Ich glaube, Sie haben ja aktuell auch vom FWF gefördert, ein Forschungsprojekt in Venedig. Können Sie ein bisschen skizzieren, was das für ein Forschungsprojekt ist und wie Sie mit Ihrem Team an so ein Projekt herangehen? Ja, Sie beziehen sich auf das Gebetsbücherprojekt Griechisch-Orchologien. Da geht es uns um die Forschung der Sozial- und Alltagsgeschichte anhand von liturgischen Büchern, Manuskripten, die bisher als Quellengattung noch nicht ausgeschöpft wurden. Und zwar ganz spezifisch kurze Gebete für Alltagsanlässe. Die finden sich dort, weil sie von den Priestern immer wieder eingefordert wurden, von der ländlichen oder auch städtischen Bevölkerung. Und diese Alltagsanlässe können ganz verschiedener Art sein. Für eine Frau bei einer schwierigen Geburt, für das Einsegnen von Bienenstöcken, für das Reparieren von Fischnetzen, für den Almauftrieb, bei Erdbeben, bei großen Gefahren, bei einem Brunnen, der verseucht wurde und so weiter. Und diese Gebete in ihrer Gesamtheit zu erfassen, aber dann auch regional und chronologisch einzuordnen. In welcher Region war das eine Küstenregion, eine Bergregion? Waren welche Gebete ganz besonders wichtig? Das können wir anhand der Handschriften ablesen, aber erst, wenn wir den gesamten Bestand erfasst haben. Es handelt sich um ungefähr 2000 Handschriften, angefangen vom späten achten Jahrhundert. Wir hören dann ungefähr 1650 auf. In einem Folgeprojekt hoffen wir dann auch in die späteren Jahrhunderte weiter arbeiten zu können. Und wir müssen uns tatsächlich das Handschrift für Handschrift anschauen. Deswegen machen wir immer wieder Bereisungen, manchmal in Klosterbibliotheken, wo die Handschriften schon seit Jahrhunderten liegen, oder auch in die europäischen Bibliotheken, wo die Handschriften später hingekommen sind, durch Kauf oder durch Raub. Im Februar, kurz vor dem Karneval, waren wir in Venedig und haben da uns Dutzende von Handschriften angeschaut. Und da machen wir natürlich auch nicht Dienst nach Vorschrift, sondern machen Überstunden, auch in den Abend hinein, das ist ja klar, und tragen dann am Abend, wir waren mit einem Team, insgesamt sieben Personen dort, begleitet auch von zwei Team-Members aus Griechenland und Italien. Tragen dann am Abend anderthalb, zwei Stunden lang die gemeinsamen Ergebnisse zusammen. Und was uns gerade in Venedig besonders beeindruckt hat, ist, dass häufig in gelehrten Handschriften, also wirklich Manuskripten, die erstellt wurden für und von den Hochgebildeten, wo man Texte sozusagen in der antiken griechischen Hochsprache findet, die in Byzanz künstlich aufrechterhalten wurde, als Statusmerkmal, gerade in diesen Handschriften findet man auch diese Gebete für die Herstellung eines Amuletts für eine Frau bei einer schweren Geburt oder was man zu tun hat bei Schlangenbiss. Und dieses Nebeneinander zwischen gelebter Religion und dieser sehr, sehr hohen Bildung, das finde ich sehr faszinierend und das wird immer deutlicher in der Arbeit, die wir machen, dass sich das nicht voneinander trennen lässt. Was ich ja spannend finde an dieser Zeit, also da geht es jetzt eher um das Frühbyzantinische, weil ich da letztendlich auch gelesen habe, ist so dieses, wie sich das Christentum als neue Staatsreligion und als beherrschende Philosophie, Lebensphilosophie durchsetzt, durchaus auch brutal durchsetzt, gegenüber bestehenden philosophischen Konzepten und bestehenden Kulturen und wie viel da von der antiken römischen Kultur auch sehr bewusst zerstört worden ist und dass das eigentlich eine schöne falsche Legende ist, dass die Mönche das bewahrt hätten, sondern ganz im Gegenteil hat das Christentum am Anfang einen sehr aggressiven Kampf geführt gegen das, was vorher war, wie jede neue, also das ist nicht mal ein Kritik oder Vorwurf, aber halt jede neue Philosophie, Religion muss halt das zerstören, was vor ihr war, um sich durchsetzen zu können. Ja, das ist spannend, das wird in der Forschung zunehmend, kommt das ins Visier in den letzten Jahrzehnten, also zu Beginn meiner Studienzeit war das noch kein Thema, da hat man eher so das, was man in Sonntagsschule gelernt hat, ja, Rom, die Märtyrer, die Christen und endlich durften sie, aber wenn man jetzt mit der Lupe guckt, ist es interessant zu sehen, wie in den ersten zwei Generationen, nachdem der Kaiser Konstantin das Christentum als Legitimreligion anerkannt hatte, zunächst mal nicht viel passiert, ist aber dann ungefähr 60, 80 Jahre später, so um 400 herum, da werden die Christen aggressiv und verbrennen Tempel, schließen Tempel, machen auch eine gewisse Verfolgung, versagen es den Nichtchristen überhaupt sich für Staatsämter bewerben zu können und so weiter, also da hat man wirklich ein Staatschristentum, was sich unbedingt durchsetzt und Andersgläubige ausschließt und die Frage ist, warum passiert das dann und warum nicht in den Jahrzehnten vorher und das wird diskutiert, es kann sein, dass sich das auch darauf beruft, dass es innerhalb des Christentums dann schon so viele verschiedene Strömungen gab, dass die vom Kaiser jeweils Favorisierte sich natürlich mit Kaisermacht durchgesetzt hat. Ging das auch so weit, dass man Schrifttum vernichtet hat, antike Philosophen, keine Ahnung, Plato. Nein, da ist eher das Thema, was man auf Englisch benign neglect nennt, also wohlwollendes sich nicht drum kümmern. Die hat man nicht vernichtet, diese Schriften, die wurden weiter aufbewahrt, aber Bücher, Verbrennungen durch Christen von paganem Schrifttum gab es ganz selten vom Kaiser angeordnet für sogenannte astronomische Texte und magische Texte, aber sonst sind die Dinge einfach nur in Vergessenheit geraten und nicht wieder kopiert worden. Das heißt, gelegentlich, das ist immer der große Traum, Name der Rose und so weiter, man hofft immer, etwas Neues finden zu können. Das kann gelegentlich passieren, entweder bisher unbekannte Predigten des Augustinus wurden vor ein paar Jahrzehnten in einer Handschrift in Mainz entdeckt oder im Rahmen des Palimpseste-Projekts im Sinai durch im Katharinenkloster im Sinai seit dem 6. Jahrhundert Handschriften, Bibliothek und so weiter hatten wir ein großes Projekt, wodurch Multispektralfotografie ausradierte Schriften sichtbar gemacht wurden und Giulia Rossetto ist es gelungen, einen bisher völlig unbekannten Text, den man auch in der Antike selbst aus Zitaten nicht wirklich kannte, dort zu entdecken und zu entziffern. Also sowas passiert schon und das war einfach eine Abschrift aus dem 5. bis 6. Jahrhunderts nach Christus von einem Text, der wesentlich früher in den vorchristlichen Jahrhunderten ursprünglich abgefasst worden war und der dann ausradiert wurde, um ein paar Jahrhunderte später dann einem christlichen Text Platz zu machen. Das heißt, der hat irgendwo sein Leben gefristet in einer Handschriftenbibliothek, bis er dann neu das Schreibmaterial einer neuen Verwendung zugeführt wurde. Solche Entdeckungen gibt es immer wieder. Claudia Rapp, wir haben schon gesagt, einer ihrer Schwerpunkte ist die Erforschung des Lebens der Unterschichten oder der ärmeren Menschen im byzantinischen Reichen. und ist da die Quellenlage natürlich ganz, ganz schlecht, weil in der Regel ein anatolischer Bauer 900 kaum Tagebuch geführt haben wird und man heute bequem nachlesen kann, wie er sein Leben gefristet hat. Sie haben es schon angedeutet, man muss sich das indirekt herleiten, etwa über diese Gebete in den Gebetbüchern. Welche Möglichkeiten haben Sie sonst noch diese Forschungen anzustellen über das Leben der Unterprivilegierten? Gibt es auch schriftliche Quellen, ich weiß es nicht, Hofbeamte, die ein bisschen was geschrieben haben über das Leben der Landbevölkerung? Gibt es solche Dinge? Eher wenig, es gibt dokumentarische Quellen, hauptsächlich aus den Athos-Dokumenten, aber auch erst seit dem 10. Jahrhundert und in größerem Umfang, dann für die Spätzeit und bis hin in die nachbyzantinische Zeit, also ab die Athos-Klöster, die ihre Besitztümer festhalten und daraus kann man dann entnehmen, welcher Bauer wo, wie viel besessen hat und daraus kann man auch entnehmen, wie viele Witwen zum Beispiel Haushaltsvorstand waren, das war nicht unerheblich. Weil es etwas sagt über die Rolle der Frauen und deren Möglichkeiten Besitz tatsächlich eigenständig zu verwalten. Und das war möglich? Das war möglich. Ansonsten gibt es bunte Narrative in den Lebensbeschreibungen von Heiligen, die natürlich immer wieder konsultiert werden von breiten Schichten der Bevölkerung, um Wunder zu wirken und so weiter. Also die Hagriographie ist eine wichtige Quelle für uns. Ansonsten zunehmend auch die Archäologie, die sich heutzutage zunehmend auch den Dörfern, den dörflichen Gemeinschaften zuwendet und da kann man dann rekonstruieren, wie ärmlich und klein die Gebäude gewesen sind. Man kann rekonstruieren, wie zum Beispiel ein Skelett funden, wie die Bevölkerung tatsächlich die Knochen abgenutzt waren durch ständige Wiederholung von Bewegungen in der agrarischen Arbeit, gebeugte Menschen, Menschen mit dreieckigen Löchern zwischen den Zähnen, weil sie ständig Lederschnüre durchgezogen haben, um eben Textil, also mit Leder umzugehen, zu nähen. Ja, viele Hieb- und Stichwunden, bei Frauen immer wieder Anzeichen von Unterernährung, auch bei weiblichen Kindern, deutlicher als bei männlichen Kindern, all diese Dinge kann man dann zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Das sagt auch etwas über die Rolle der Frau in der byzantinischen Gesellschaft. Claudia Rapp, eines ihrer letzten Bücher beschäftigt sich mit Verbrüderungsritualen, die es im byzantinischen Reich zwischen Männern gegeben hat. Das müssen Sie erklären. Was für Verbrüderungsritualen die ja glaube ich sogar logistischen Charakter dann gehabt haben. Was war das? Worum ging es da? Das ist für Byzanz ganz einzigartig und das war eben vom Bauernhof auf den Kaiserthron ein Element, dass Basilius, der zukünftige Kaiser, auf einer Reise als noch gar nicht klar war, was aus ihm werden wurde. Er war ein einfacher Stallbursche, das Aufsehen erregte einer reichen Witwe, die selber Textilherstellerin war und im halben Peloponnes Besitztümer hatte. Die wusste, vielleicht aus ihm mal was Großes wird und hat darauf gedrängt, dass Basilius mit ihrem Sohn Johannes dieses Ritual der Verbrüderung schließt. Auf Griechisch heißt das Brüder Brüder War das so Winner to all Shatterhand Mist? Ohne Blut. Man geht in die Kirche, legt beide Hände auf einen Evangelienkodex, jeweils die rechte Hand, der Priester spricht ein Gebet und danach geht man nach Hause, hat eine Party und alle wissen, man ist verbrüdert und hat damit Zugang zum Haushalt der Anderen. Zum Haushalt der Anderen bedeutet häufig auch Zugang zu den Frauen im Haushalt. Die Männer, von denen wir das wissen, dass sie das gemacht haben, waren häufig verheiratet. Zugang zu Frauen heißt, man darf sie sehen und man darf mit ihnen reden. Außer man liest die Geschichte von Kasanzakis Kapitan Michalis. Da gibt es dann andere Elemente, aber die spielt im 19. Jahrhundert in Kreta. Und eine solche Bruderschaft, welche Verpflichtungen hat die eingeschlossen? Wozu hat man sich verpflichtet, wenn der Herr Rosowitski und ich uns ein solches Ritual gönnen würden? Wozu würde uns das verpflichten, wenn wir Bruderschaft feiern würden? Also dass sie auf keinen Fall ein Duell führen dürften. Das schaffen wir. Und dich zu den Partys einladen. Auch nicht unrealistisch. Ich war schon lange auf keiner Filmparty mehr. Wenn sie Pech haben, würden sie noch zur Kasse gebeten, falls der Herr Rosowitski stirbt, um dessen Kinder eine Erziehung zu ermöglichen. Ich wünsche ihnen viele erfolgreiche Filmproduktionen. Und das galt lebenslang? Ja, und ich habe mich bemüht zu finden, ob es Scheidungsdokumente gibt, wie diese Verbindungen aufgelöst werden und konnte das nur in nachbyzantinischer Zeit im Adria-Raum finden, aber sonst nicht. Ich würde jetzt gerne noch ausgehend von Byzanz auf ein größeres geschichtsphilosophisches Thema zu sprechen kommen. Mit Ihnen beiden. Nun muss man ja sagen, dass dieses byzantinische Reich geostrategisch sehr ungünstig gelegen ist. Es war eigentlich in der gesamten Zeit seines Bestehens umgeben von anderen Völkerschaften, die nichts lieber getan haben offenbar oder hätten, als dieses Reich zu erobern oder sich Teile dieses Reichs unter den Nagel zu reißen. Die Geschichte des Byzantinischen Reichs ist, wenn man es im Überblick liest, scheint zu sein, eine ununterbrochene Abfolge von Kriegen. In der Regel wirkt wie defensive Kriege, dort wird man wohl auch ein bisschen was erobert haben, aber das waren Kriege gegen die Perser, die Vandalen und die Ostgoten, gegen die Awaren, später dann gegen die Araber und Osmanen, die alle wollten sich dieses Reich unter den Nagel reißen. Und 1453 war es dann eh aus, die Osmanen haben das byzantinische Reich erobert. Stefan Rosowitski, Sie haben sich in Ihren filmischen Arbeiten immer wieder auch mit dem Thema Gewalt, durchaus auch mit dem Thema Krieg auseinandergesetzt. Ich denke etwa an den Dokumentarfilm Das Radikal Böse, in dem Sie filmisch erforscht haben, was deutsche Durchschnittsmänner, die während des Zweiten Weltkriegs in den Gebieten Osteuropas zwei Millionen Menschen ermordet haben, Jüdinnen und Juden, was diese Durchschnittsmenschen motiviert hat und dazu bewegt hat, diese Untaten zu machen. Wenn man sich jetzt die Geschichte des Byzantinischen Reichs anschaut, ich würde aber mit Herrn Rosowitski gern beginnen, dann könnte man das Gefühl haben, Krieg ist ein fester, unvermeidbarer Bestandteil der menschlichen Geschichte, Krieg ist die Normalität und längere Perioden des Friedens sind eigentlich die Ausnahme, auch im Lichte des jetzigen Ukraine-Kriegs, wäre eine unangenehme Wahrheit, wenn das so wäre, aber es ist ein Gedanke, der nahe liegt. Wie würden Sie das sehen? Ist Krieg etwas, das uns nicht so fern ist, wie wir gern hätten? Ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum uns dieser Ukraine-Krieg so zu schaffen macht, weil man ja, glaube ich, gedacht hat, die Zeit, dass halt so der eine Fürst das Nachbarland attackiert, um sich ein Stück reiches Land abzuzwacken, das ist echt vorbei, seit spätestens dem Zweiten Weltkrieg, aber eigentlich ist das so ein Konzept des 18. 19. Jahrhunderts und weil man eben heutzutage in Zeiten eines Nationalstaats auch weiß, das ist mit so viel Kosten verbunden und wenn wir also jetzt Bayern überfallen, müssen wir die Bayern überzeugen, dass die zu uns gehört, es macht einfach keinen Sinn und weil es einfach auch der Reichtum eines Landes, das schreibt der Yuval Hariri ist ja zum Beispiel im Silicon Valley nicht, dass die dort so üppige Felder und reiche Minen haben, sondern dass dort so viele schlaue Leute sitzen und deswegen haben die so eine starke Wirtschaftsleistung. Also man dachte und das dachte auch der Hariri das ist eigentlich vorbei, diese kleinen blöden regionalen Kriege, die eigentlich mehr mit der Eitelkeit des jeweiligen Herrschers zu tun haben und das ärgert mich und ärgert glaube ich sehr viele, dass das eben jetzt uns bewiesen wurde, nicht einmal das ist vorbei, sondern auch da gibt es noch welche, die doof genug sind, das zu machen. Claudia Rapp, als Sitzungen über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg, was sagt uns das über uns? Da möchte ich erstmal gar nicht ran, sondern ich argumentiere als Historikerin, die byzantinischen Quellen sind hauptsächlich Hofberichterstattung und die berichten natürlich über die glorreichen Feldzüge der betreffenden Kaiser beziehungsweise wir haben auch eine große Anzahl an byzantinischen Militärhandbüchern und die arbeiten ganz bewusst darauf hin und sagen Krieg, das heißt eine offene Schlacht ist möglichst zu vermeiden, sondern man versucht wirkliche militärische Auseinandersetzungen zu denen zu entgehen, indem man gute Spionage hat und indem man die Alliierten besticht. Also man lagert den Krieg sozusagen aus, man hat einen Proxy War, in dem man kleinere Entitäten im Randgebiet dann gegeneinander ausspielt. Die Bulgaren gegen die Russen, die Serben gegen die Kroaten und so weiter und lässt die dann den Krieg führen, statt dass sie nach Byzanz reinkommen oder man zahlt die potenziellen Aggressoren tatsächlich aus und zahlt lieber Tribut, als dass man sagt, das kostet uns weniger de facto, als wenn die Leute ins Land reinkommen, das Verwüsten unsere Leute umbringen und wir mit der Landwirtschaft von neuem anfangen. Ein Olivenbaum braucht sieben Jahre, bis er wieder Früchte trägt. Das sind echte Überlegungen. Da werden schon Kosten-Nutzen-Rechnungen angestellt. Außerdem in der mittelalterlichen Krügführung ist es so, das ist nie das ganze Jahr hindurch. Das ist immer nur im Sommer, das heißt in der Erntezeit, die Leute, die selber auf dem Land arbeiten, die wollen gar nicht in den Krieg. Das heißt, man muss da entweder Anreize schaffen oder Druckmittel oder in eine professionelle Armee investieren. Und was man auch nicht vergessen darf, in der Kriegführung im Mittelalter bis in die jüngste Zeit geht es nicht darum, möglichst viele Leute zu töten, sondern möglichst viele Leute gefangen zu nehmen, die man dann später gegen Lösegeld verkaufen kann. Die hatten einen echten Geld wert. Das heißt, es mehren sich auch in unserer Wahrnehmung als Historikerinnen die Geschichten von Kriegsgefangenschaft. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was zunehmend jetzt wahrgenommen und bearbeitet wird, was das für Leute bedeutet und was das auch für Gesellschaften bedeutet. Wenn jemand lange Zeit in Kriegsgefangenschaft war, wieder zurückkommt, die Frau ist vielleicht inzwischen mit jemand anderem verheiratet, er ist vielleicht in der Gefangenschaft bei den Arabern, wurde er forciert, zum Islam überzutreten, hat Dienst an der Waffe geleistet, wie integriert man solche Leute wieder in die normale Gesellschaft. All diese Themen werden auf die eine oder andere Weise artikuliert. Das heißt, Krieg ist eine Realität, ja. Aber ich glaube gerne daran, dass der Mensch zu Besserem fähig ist. Lassen wir es so stehen, hoffen wir das alle. Stefan Rosowiczki, ich würde gerne mit Ihnen noch über ein aktuelles Projekt sprechen, das Sie in der Reißen haben, wie man auf Österreichisch sagt. Sie arbeiten an einem neuen Film über Theodor Herzl. Wie weit ist der gediehen und was hat Sie an dieser historischen Figur, was hat Sie an diesem Stoff interessiert, was interessiert Sie daran? Das ist nur ein Drehbuchprojekt, über das ich gar nicht reden würde. Wenn das nicht eine Förderung bekommen hätte und dadurch in die Medien gelangt, wäre das auch noch ein Geheimnis geblieben, weil man hat immer viele Projekte und aus den meisten wird dann eh nichts, aber hin und wieder wird aus welchem was. Da gibt es ein Drehbuch von einem israelischen Autor und da hat man mich gefragt, die sind irgendwie so in einer Sackgasse gelandet und was mir an dem irgendwie ganz gut gefallen hat, war, dass es da nicht ging um diesen, wie man ihn so von den Bildern kennt, mit diesem Bart, so ein neuer Moses, der so voll Ernsthaftigkeit und Besessenheit diesen Plan verfolgt, sondern der Herzl war manisch depressiv, seine Frau war auch manisch depressiv, so kann man sich vorstellen. Wirklich im klinischen Sinn? Ja. Und hat in seinen manischen Phasen, kurz bevor er geschrieben hat, Buch der Juden start, hat er kurz davor, oder kurz davor, ein paar Monate davor, eine andere Theorie publiziert, nämlich, dass alle Juden zum Christentum übertreten sollen, wodurch sich das jüdische Problem in Luft auflesen würde. Also er hat in dieser manischen Phase, war so all over the place und also meine Theorie ist, es ist wirklich hauptsächlich der Bart, der dazu führt, dass wir so ein völlig falsches Bild von dem haben. Der war Feuilleton, Chef von der Presse, Neue Freie Presse, Neue Freie Presse, hat Stücke geschrieben, die nicht so erfolgreich waren, das waren aber dann auch so Salonkomödien und sowas. Also und das Interessante an diesem Buch von dem israelischen Kollegen oder die Stücke, die ich da spannend fand, waren eigentlich die Frühen, wo du merkst, der sucht erst seinen Weg und kommt dann irgendwie drauf, dass dieser Antisemitismus, den er dann auch verstehen lernt als etwas Rassistisches im Gegensatz zum religiösen Antisemitismus, der sozusagen der Traditionelle war, dass das eine weitaus gefährlichere Angelegenheit ist. Weil beim religiösen Antisemitismus ging es immer, also siehe Spanien, Portugal, lasst man sich taufen und sagt, okay, ich bin jetzt Christ und das war immer so ein letzter Notausgang. Und dann wird man wenigstens nicht verbrannt und tut ein bisschen so, als ob man übergetreten wäre und trifft sich dann heimlich, um weiterhin die jüdischen Riten durchzuführen. Beim Rassismus geht es nicht mehr. Und der kommt halt und das Interessante an dem Buch, das wir da jetzt gemeinsam geschrieben haben, ist halt mehr dieses, dass er so seinen Weg quasi erst findet und merkt, dass es da ein Problem gibt und interessant auch, dass er eben als Journalist der Presse eigentlich sich gerichtet hat an ein intellektuelles, gebildetes Publikum und seine größten Fans dann aber bei analphabetischen Flüchtlingen aus Osteuropa gefunden hat, für die er wirklich so eine Hoffnung, eine Aussicht auf ein irgendwie besseres Leben verkörpert hat. Und wie gesagt, diese Suche finde ich eigentlich spannender, als dann die letzte Phase seines Lebens, wo er dann diesen Weg gefunden hat und das mit viel Vehemenz verfolgt. Vielleicht auch, der war 34, als er den Judenstaat geschrieben hat. Also wirklich ein junger, manisch-depressiver, durchgeknallter Feuertunredakteur. Aber Sie würden nicht sich zu der These versteigen, dass die zionistische Idee letztlich auf einen manischen Anfall zurückgeht? Nein, es ist aber auch wurscht. Also der hat was in die Welt gesetzt und das dann, und das finde ich auch das Interessante an seiner Geschichte, das nimmt dann eine Eigendynamik an und es ist dann eigentlich auch völlig wurscht, wer das aufgebracht hat und aus welcher Motivation und in welchem Geisteszustand das ist in der Welt und nimmt dann eine Eigendynamik. Letztlich ist die Idee wahrscheinlich wohl auch historisch in der Luft gelegen. So verrückt ist ja die Idee nicht, dass in einem antisemitischen Europa auch das jüdische Volk einen liberalen Nationalismus entwickelt und sich irgendwo einen Staat sucht. Also wenn es der Herzl nicht gewesen wäre, wäre es vielleicht bei Anderer gewesen. Es gab den Pinsker aus Odessa, der genau dasselbe 14 Jahre davor geschrieben hat. Aber er hat halt einfach das so formuliert, das so dargestellt, dass das irgendwie die Herzen der Menschen berührt hat, dass das irgendwas ausgelöst hat, dass das eben jetzt nicht als ein theoretisches Konstrukt wahrgenommen wurde, sondern wirklich was, womit man emotional was anfangen konnte. Und deswegen steht es ihm auch zu, dass er eben gesehen wird als der spirituelle Gründer Israels. Jetzt würde mich noch interessieren, Herr Rusowitzki, wie geht so ein Projekt jetzt weiter? Also Sie sind immer noch an der Drehbucharbeit offensichtlich, oder das Drehbuch ist am Fertigwerden oder fast schon fertig. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Jetzt muss man sozusagen, das Baby ist geboren, aber jetzt muss es ja noch erwachsen werden. Das ist ja noch ein weiter Weg. Ist ein weiter Weg, also jetzt braucht morgen Abend könnte ich Ihnen mehr sagen, weil wir morgen Nachmittag gibt es einen Conference Call mit den israelischen Co-Produzenten, wo mich jetzt auch interessiert, also die österreichischen Co-Produzenten, die fanden das mal super, was ich geschrieben habe. Die israelisch-jüdische Sicht ist natürlich eine ganz andere. Wir hatten davor, waren wir mal zum Schluss gekommen, dass das aber eben eine gute Sache ist, dass gerade über Herzl ein Nicht-Jude, Nicht-Israeli schreibt, weil die israelische Perspektive ist immer entweder Heldenverehrung oder Dekonstruktion des Nationalhelden. Und jemand wie ich steht dem irgendwie ein bisschen neutraler gegenüber und kann den mehr als Menschen sehen, getrennt von seiner Wirkungsgeschichte. dann das Ganze soll eher werden, ein internationales Projekt. Für ein internationales Projekt brauchst du irgendwie einen großen Namen. Man wird also jetzt schauen, gefällt den Israelist das Buch? Was beschließen wir? Muss an dem Buch noch gemacht werden, geändert werden? Dann wird man schauen, dass man, also bei internationalen Projekten ist es meistens so, dass es halt über Stars geht und wenn du dann den berühmten Namen So und So hast, dann hast du irgendwie ein interessantes Package, weil Herzl ist eine Marke, die international bekannt ist und wenn das dann kombiniert ist noch mit dem berühmten Hollywood-Star So und So, dann kann man versuchen das zu verkaufen. Verkaufen heißt in der Regel Verkaufen an Verleiher, die sagen, obwohl es den Film noch nicht gibt, zahle ich so und so viel Geld dafür, dass ich die Verleihrechte für Spanien bekomme, weil ich als spanischer Verleiher kenne meinen Markt und kann mir vorstellen, mit so einem Film von dem Regisseur, mit dem berühmten Hollywood-Star, da gehen so und so viele Leute rein und das zahle ich und dann gehen die Produzenten auf den Weg und versuchen auf diese Art und Weise Geld einzutreiben, das Ganze unterstützt mit Förderungen, man dreht dann dort, wo man regionale Förderung bekommt, so. Und wer soll jetzt den Herzl spielen? Da gibt es sogar schon eine, gäbe es eine Idee, aber das ist jetzt wirklich noch zu früh. Ich habe es mir gedacht, dass Sie es uns nicht verraten wollen. Claudia Rapp, ich würde Sie zum Schluss gerne fragen, sagen, das Forschungsprojekt mit den Gebetbüchern geht noch weiter, nehme ich an, ist noch nicht abgeschlossen. Genau. Was werden Sie denn mit den 10 Millionen Euro machen, die Sie jetzt an Forschungsgeldern vom FWF bekommen haben? Wohin fließt dieses Geld und was für spannende Dinge machen Sie da? Ja, das ist wirklich spannend. Das ist für ein Exzellenzcluster, das ist ein völlig neues Forschungsformat des FWF. Beteiligt sind vier Institutionen in Österreich, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Universität Wien, Universität Innsbruck und die Central European University. Wir haben 31 Forscherinnen und Forscher im Verbund mit über 50 Einzelprojekten, die nicht alle durch diese 10 Millionen Fördergelder des FWF gefördert sind, sondern zum Teil schon auf dem Weg sind. Wir knüpfen mit diesem Forschungskonsortium, mit diesem Forschungsthema an, an bereits bestehende Spitzenforschung in Österreich und wollen eben ganz gezielt diese Kompetenzen weiter ausbauen. Es liegt uns daran, diese große Landmasse, Eurasien, also Europa bis nach Asien hin immerhin 70 Prozent der Weltbevölkerung und ein großer Teil der heute gesprochenen Sprachen dort repräsentiert sind, historisch in der Tiefe zu erfassen. Das fängt an mit Sprachkompetenzen, Kompetenzen in der Quellenerforschung, Umgang mit Schrifttum, Schriftlichkeit, Archivwesen, Kontakte mit Kollegen, Kolleginnen vor Ort, geht weiter mit Ausbildung einer jüngeren Generation, Doktoranden, Doktorandinnen, auch Förderung ganz gezielt von Postdocs im Umgang mit diesem Quellenmaterial, damit wir einfach die Kompetenzen, die bereits bestehen, hier in Österreich bündeln und damit Österreich zu einem internationalen Aushängeschild für diese Form von kombiniertem Grundlagenwissen und themenorientierter Forschung machen. Aber das heißt, es gibt nicht ein einziges Thema oder eine einzige Fragestellung, die Sie damit erforschen, sondern das ist eine Vielzahl von Dutzenden Projekten, die eben ein Cluster sind. Wir haben große Themen, Religion und Identität, Mobilität und Migration, große Reiche und periphere Regionen und dann innerhalb dieser Themen noch verschiedene verfeinerte Fragestellungen, sodass wir da auch einen roten Faden haben. Aber letztendlich wird die Arbeit auf der Basis der einzelnen Forschungsprojekte geleistet und das geht hin von Erforschung von Dokumenten in Tibet in Sanskrit bis hin zu syrischem Schrifttum der Christen in Südindien in Kerala und in Fragestellung des Eurasien Begriffs wie gerade derzeit in der russischen Politik betrieben wird. Das Spektrum ist sehr breit, aber das macht auch den Reiz aus. Eine Frage, weil Sie jetzt gesagt haben Identität und Migration und Frauenthemen und Geschichtsschreibung von unten, wie sehr sehen Sie sich auch Moden unterworfen, also von Themen? Die Frage stellt sich immer wieder. Wir sind denkende Menschen unserer Zeit und lesen die Zeitung und machen uns Gedanken. Insofern ist natürlich jeder Forscher, jede Forscherin hat einen Zugang, der durch die Gegenwart geprägt ist. Aber wir wollen ganz bewusst keine Politik Beratung machen und wir wählen ganz bewusst Fragestellungen, die von bleibendem Interesse sind und wollen keine, also unser Ziel ist es nicht Antworten zu geben, sondern fundiertes Wissen bereit zu stellen, Orientierungswissen auf das, aus dem dann andere schöpfen können. Aber ich meine jetzt vor 100 Jahren, wahrscheinlich auch vor 50 Jahren hätte man sich A nicht für Frauen interessiert und B hätte man sich nur für den Herrn Blasius, als Herrscher Basilius, hätte man über den geforscht und gesagt, was dessen Diener gegessen hat, ist völlig irrelevant. Und ich meine, also insofern, wie gesagt, wir sind Kinder unserer Zeit und die Fragestellungen entwickeln sich natürlich entsprechend über die Generation hinweg anders. Und es kommt dann oft vor, dass man auch die Fragestellung der vergangenen Generationen neu bewertet und sieht, wie die auch dem Zeitgeist geschuldet sind. Sie beide haben spannende Zukunftsprojekte vor sich. Stefan Rosowitski seinen Herzl-Film, Sie, Claudia Rapp, dieses große, große Cluster-Projekt. Ich wünsche Ihnen beiden viel Erfolg und viele anregende Stunden und Erlebnisse bei Ihrer Arbeit. Toi, 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 Glück auf. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Diskussion bei Claudia Rapp und Stefan Rosowitski und bei Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, bedanke ich mich für Ihr Interesse. Alles Gute noch. Dankeschön. Applaus Applaus Vielen Dank.